Kannst du nicht einmal pünktlich kommen? Wenigstens heute? Reg dich mal bitte ab, ja? Die U1 ist die U2, die U2 ist die U12. Ich versteh das nicht. Pendelverkehr, eingleisig. Kein Datenvolumen. Wissen die anderen, dass du das hast? Die anderen sind seine Kindsfrauen und Ex-Ehefrauen. Wir sind seine Töchter. Wir haben immer das Recht, das hier zu lesen, oder nicht? Na, ist doch eh klar. Du bist doch seine Lieblingstochter, hast doch immer alles bekommen. Immerhin war er mit meiner Mutter ja auch verheiratet. Hoffentlich bekomme ich eine klitzekleine, wenigstens eine klitzekleine Immobilie. Und nicht den Scheißköt. Agassi, bekommst du auf gar keinen Fall. So weit kommt's noch. Agassi, bekommst du auf gar keinen Fall. So weit kommt's noch. Halt die Fresse jetzt. Meine lieben Töchter, das Schönste, was mir jemals widerfahren ist, sind wir. Ich war kein guter Vater. Nicht immer. Wie hast du das gemacht? Was? Wie du das gemacht hast. Was denn? Ich wusste das nicht. Du bist so falsch. Ich hatte davon keine Ahnung, ja? Das musst du mir glauben. Die Besuche. Du hast die in den letzten Monaten immer wieder besucht. Das ist echt unglaublich. Juli. Ich wusste davon nichts. Jetzt glaubt mir doch. Für mich ist sie tot. Du bist so falsch. Du bist so falsch. Bis zum nächsten Mal.